Das ist ein Interview für das Projekt Kinderheime in der Schweiz an der Erfahrtbäckung. Sie sind mit dem Herrn Bodenspieg von 1945 in Rheinland, Aargau und der Terrasse von Burmester. Herzlichen Dank, dass Sie bereit sind, Ihre Geschichte zu berichten. Die Kinder fangen vor einem Abend an. Ja, ich weiss es als Kind. Da habe ich geschrieben, dass es wirkt so. Die Kinder haben wirkt. Ich weiss nicht, wie es heisst, Sonnenhof oder Höhe oder so. Die Bruder wohnt in Rheinland, da sehe ich das immer dort. Das ist ja viel anders jetzt. Also passen wir an, sind die Gänser? Nein, in der Stadt Baden. In der Stadt Baden. Dort wohnt mein Bruder jetzt. Der ist ja bald zu mir. Der ist gerade dort. Wissen Sie, wie es gegangen ist, dass Sie das Heim haben? Ich weiss einfach nur, dass der Bruder, der ähmste, der älteste, der ist der Großeltern. Und wir haben sie auch einen Platz gesucht und da haben sie gesagt. Also sie wollten, dass ich dort zu den Großeltern komme und die wollten nicht mehr. Und von meiner Mutter, die Mutter, hat auch nicht wollen. Und dann bin ich, als Kind Seinbar hätte ich mir gedacht, sie geht anziehen und so. Und ich dachte nicht, sie hat das sowieso geholfen. Und hier ist eben auch ein Lobin zu sein. Also die Eltern haben nicht recht gut. Richtig nicht gut. Ja, ja. Ich weiss, das Kind nicht ganz genau. Aber mir hat der Ernst gesagt, ja, du musst ja das Baby gekehrt werden. Und alles, das darf nicht. Irgendwie ist die Bommerschaft nicht gekommen. Ja. Ich weiss, das darf nicht. Aber die Vater und Mutter, sie sind Führerinnen. Ja, genau. Aber die Mutter hat... Der Vater hat drunken. Der Bruder war stabil. Ja. Ich meine, auch später hat sie ja geschlagen. Er hat so anders geschlagen. Ja. Ich habe ihm das verwehren für ihn. Ja. Da haben sie auch mal gesagt, sie sollten scheitern wollen und so. Ja. Ja. Er darf sich wieder entschuldigen. Ja. Ja. Und wie ist das für Sie gewesen? Wie weit mögen Sie so die Druckerinnen an das haben? Oder in welchem Alter? Sie sind das? Ja. Ja, das ist kein Treff. Es gibt ja drei, vier, ich weiss nicht. Insofern weiss ja nur noch das. Dass ich einen Job oder die Mutter habe. Irgendwie. Und dann haben sie mir in die Nase zwei gebrochen. Voll die Tauchtkauer. Dort habe ich in die Nase gebrochen bis, bis fast 40 oder was. Und jetzt in Zürich sind wir ja einen Walddäfter, der einen Taxi-Coffeur stocken hat. Und der hat mir eins gebrochen, da drauf. Und dann haben sie mir im Spinal die Nase gebrochen. Ja. Da habe ich immer gekommen. Wir haben gesehen, wir haben auch jetzt noch ein bisschen Rundes. Ganz daneben. Und das ist, was Sie als kleines Kind in dem haben. Ja. Wer hat denn das betrieben? Ja. Das Hintern? Ja. Das Kind, weisst du das nicht. Aber ich weiss, dass es eine Schwester war. Ja. Oder eine Frau. Ja. Das kann man rausfinden. Wer hat das gebrochen? Ja. Das kann man rausfinden. Wer hat das gebrochen? Wer hat das gebrochen? Wer hat das gebrochen? Riechen? Riechen? Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich habe gemeint, dass sie ein deutsches Dialekt fallen. Ja. Das ist dann klar. Und ist das nicht ein religiöses Herz? Sie ist vom Staat oder nicht? Ja, das ist vom Staat. Es ist nicht schwer. Ich bin schon früher, wie du sagst. Ich bin schon früher. Und es heisst die Sonnenhöhe. So was. Sie haben es in den Akten. Sie haben es hier. Ja. Ja. Und sind Sie von der Konfession reformiert? Oder katholisch? Ich bin gar keine mehr. Ich bin ausgetreten. Ja. Und da war Sie? Da bin ich reformiert. Ja. Okay. Jetzt sind die so Genevener und die... Schönen Gott hätten wir nicht geholt. Die katholischen nimmt die noch. Nein. Das gibt es nicht. Ja. Bleiben. Ja. Und wie lange sind Sie noch daheim gewesen? Ich bin nicht ganz genau. Ungefähr? Ich bin dann scheinbar wieder mal daheim gekommen. Und dann, als ich daheim war, habe ich dann eben Gestelle gemacht. Bei Migros, wenn ich gestellte. Ja. Ja. Das kann mich erinnern, dass... Das gut hätte ich nicht. Ja. 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 Ich bin ja auch nicht... Aber ich meine, die Mutter hätte das gewusst. Aber natürlich sagt sie, ich weiss nicht, das ist einfach... Ja. Ja, also gut, ich musste nicht sagen, aber ich weiss ja nicht. Deswegen. Also echt. Das muss etwas haben. Ja. Was ist denn... Oder bei der Polizei? Dann ist da, da weiss ich noch, da ist die Polizei gekommen, hat mich mitgenommen, das ist ja logisch. Die Mutter hat gesagt, ich weiss doch nichts und dann bin ich das so als Kastler. Ein erziehungsschwerer. Ja, und sind Sie neu? Nein, es ist auch noch eine Zwölf, oder? Ja, also Sie sind doch ein paar Jahre daheim gewesen? Das bin ich immer daheim gewesen. Und in der Zwischenzeit habe ich eigentlich immer am 8 und 2 oder 1 gesagt, da ist er heimgekommen, ist auf das Nächste hochgekommen, dann geschneit und geschneit und geschneit. Oder sonst hat er mir nicht abgesagt. Und ich habe mich so lange nicht mehr, bis vom Schloss Kastler, wenn ich wieder heimgekommen bin, habe ich mich mit ihm mal gewehrt, einmal. Dann hat er aufgekommen. Ich habe ihm voll eins und schnaufen gehabt. Aufs Haufen. Sieh? Das ist nicht gelockt. Dann ist die Polizei gekommen, oder? Das ist ja logisch. Nein, nein, nein. Dann hat ein Polizist zu mir gesagt, wenn du mein Vater machst, würde ich die Windeln weichschlagen. Also ich meine, der hat nicht mehr gefockt. Der hat gesagt, der Vater will zum Vater eins aufs Haufen. Dann hat er nicht rausgefragt, was er gefockt hat. Gar nicht gefockt. Dann habe ich gesagt, wenn du mein Vater möcht, würde er auch gerade eins hauen. Dann hat er da auf mich los, weil das habe er nicht gelockt. Der andere hat es hochgekommen, das hat man dem nicht gemacht. Dann hat er unterbrochen. Ja, er hätte zu haben, wer so erkundet, was dahinter ist. Ja, jetzt habe ich nicht verwundet, oder? Echt? Echt, dass es dann weitere Folgen von der Polizei und der Jugend auch was gibt? Das ist ja nach dem Einzelnen. Sind Sie dann aber nicht wieso? Oder wissen Sie, wenn Sie wissen? Ja, ich weiss nur, dass ich das Kind daheim habe. Da habe ich eben etwas erlebt, oder? In Schlosser Kastel habe ich mir auch abgeschlagen. Das sind die beiden schlimmsten Sachen. Wenn ich dann noch herkomme, wüsste ich wissen, was die Akte war. Ich muss das nicht sagen. Aber ich weiss, selbst wenn ich... Ja, ich weiss nur, dass ich nach Hause gekommen bin. Vom Kinderheimen mal nach Hause gekommen bin, nachdem... Dass ich manchmal auch nach Hause musste. Ich bin nicht nach Hause gegangen, weil ich Angst hatte, oder? Als Kind sowieso. Dann muss ich wieder gehört, wenn du reinkommen kannst. Und das reicht doch. Oder dann musst du mit dem Vater ins Restaurant eine Flasche Bier holen, mit Zigaretten, so Sachen. Ja, das ist schon schwierig, ja. Und die Geschwister, die... Ja, die Polizei, die vielleicht... Wenn ich sie angelegt habe, die Polizei kam, hat mir mitgenommen bis am Anfang am Morgen. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nie gefragt, was mit ihr ist und so. Nein, höchstens gerade ab mit dem, oder? Wenn die Eltern Probleme haben ja nicht, die Vormundschaft, oder so. Das ist schon so. Oder ohne Gerichtsdinge. Ich meine, das ist doch das Minimum, dass man das Kind einmal fragt. Und die haben wir nie gefragt. Ja, ja. Ja, ja. Und die Geschwister, die sind zum Teil bei den Grosseltern? Ja, selbst der elste Bruder, der elste ist bei den Grosseltern. Er hat es eigentlich nicht gesagt gehabt. Der Vater hat schon angewunden, aber er hat einfach nicht mehr gearbeitet. Er hat dann eine Färderei geschafft. Und er ist mit 60 Gläppchen gestorben. Oder an der Färderei, weisst du, und das Gassen alles sind. Das Giftzüge. Ja, ja. Also das ist der Vater von Kappen gewesen. Genau, ja. Der Vater von Kappen, ja. Und er ist ja dort kontinuierlich aufgewachsen. Er ist von dort, von Haus auf dort gewesen. Und er hat natürlich nur immer das Beste gehabt. Also Wurst. Er hat nämlich noch ein Kilo Wurst gegessen, und er brotet sich. Kein Gemüse. Sicherlich. Ja. Und heute leidet er an dem. Ja. Heute muss ich 15 Tabletten essen. Das ist ja auch nicht gesund. Das ist ja auch nicht gesund. Ja. Und für die anderen Kinder hat es dann... Wenn ich es am 9. hatte. Ja. Wenn ich es am 9. hatte. Nein. Ja, noch ein Bruder. Ja. Wenn wir noch ein Bruder haben, dann kommen wir noch ein Anzug. Ja. Das weiss ich auch nicht. Das ist auch irgendwie umgekehrt. Ja. Das ist auch immer zu Ende noch. Das ist nicht zu Hause gewesen. Ja, das ist ja gut. Ja. 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 Und dann sind es... Ja. Ja. Also der Ernst und ich... Bei der Rosel und der Ander weiss ich nicht. Und ich bin eigentlich auch wieder nach Hause gekommen oder weg. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Der Webelgasse. Das ist mal das... Am längsten gewesen. Webelgasse. Das ist in der Schallstadt in. Wenn Sie das kennen. Ich kenne es nicht. Nein. Aber das bin ich nicht mehr ausgehört. Sind denn Zürcher? Ja eben. Ich bin auch in 20-jähriger Züringer. Ja. Ja. Also ich habe nichts mehr. Ich kann es noch gar nicht mehr. Dann... Vielleicht noch... Was Sie so schnell wissen jetzt aus dem ersten Kinderheim. Also die Szene da mit dem Job hier. Und dem Schlagen. Das ist ja... Ja. Das ist ja... Kann ich was sagen. Ja. Auf jeden Fall bin ich nicht in Kontrolle gekommen. Das kann mir immer dann irgendwie... Ich weiss nicht, wie das gelaufen ist. Das hat ja nicht mehr so weitergebrochen gehabt. Nein. Dass ich getauscht habe. Nein. Dann bin ich wieder weggekommen. Ich glaube ja auch... Ob das Abzählen oder was da drüfen. Ja. Das kann ich gar nicht erinnern. Also... Was wäre das geil? Ja. Es hat so gelesen, dass da etwas... Aber da haben wir es nicht zu viel erinnern. Das ist ja wenigstens ein Wohnungsheim, ja. Ja. Da hat sie mich jetzt erholt. Also da kann ich nicht viel erinnern. Ja. Ja. Weisst du... Weisst du gerade... Was er erlebt, das weisst immer. Was er bei... 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 Das habe ich gut als Geschäftsführer gemacht. Das ist dann... Das ist dann... Kinderheim in Karlstuck gewesen? Nein, Schloss... Schloss... Schlosskast. Und das Erziehungsheim in Karlstuck. Schlosskast. Ja. Das meinte... 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 Ich weiss nicht... Was sie mit ihr gemacht haben... Ich habe es dann weggekommen. Also... Irgendwie... Aber das habe ich ja nicht gesehen. Ich bin mir gesteckt. Wir haben gesehen... Das ist schon... Mit 14 Jahren... Und ich... Wir haben dann... Krüge... Und ich habe gesehen... Das ist ja Luft da... Ich habe Suppe in der Hand gehabt... Funter... Und Falter... Voller... Ich habe es jetzt in der Hand... Aber die Suppe... Ich weiss ja nicht... So... Ja... Lebe den auch nicht... Ich würde mich am liebsten sagen... Was er ist... Ja... Du weisst dann nicht... Auch ein Achtelter war schon... Oder... Oder... Der Sohn... Ja... So... Ja... Und den Knecht... Haben sie denn da... Das habe ich auch nicht gewusst... Nein... Der ist auch dabei gewesen... Der hat doch gegessen... Ihren Tisch... Und du bist da... Wie ist sonst... So... 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 Du bist einmal... Am Morgen aufgestanden... Und dann... Du bist in die Ferien... Und dann... Dann... Du bist heinkam... Du hast... Brocken gegessen... Und dann... Du bist in die Schule... Das ist alles... Zusammengeass... Das hat eine andere... Das war das... Ja... Das ist schon... Das Geld wollte... Und das Stück... Brocken... Essen ist schon... Normaler... Man hätte jetzt... Oder in dieser Zeit... Und so... Die Medien... Ja... Die... 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 Und ein Stück hoch, da ist der Untergang bereit. Die Mittagsummeinung. Wieso kann man das nicht so gut? Nein, also 100. Gut, das ist ja ganz klar. Zwischen nicht noch etwas können, wenn man jetzt 100. Das ist nicht klar. Aber es ist dann auch das Militär. Es ist wie nicht Militär. Morgen ist der andere gestanden. Der ist bekannt. Zeige ich, ob die gewaschen ist. Das ist so. Und dann die Lichter lässt sich wieder. Dann bin ich da. Von draussen ist er ein bisschen dran. Mit der blauen Kleidung. Das ist dann zu schaffen. Das war komponiert mit der Schule. Das geht doch nicht. Und ist dann die Schule, also wenn es jetzt dringend war zum Heuen oder sonst viel Arbeit, ist dann die Schule nach der Schule? Die Schule? Also kann ich nicht genau sagen. Ich weiss nur, sonst bist du auch nach der Schule gegangen. Ja, dann bist du wieder gegangen. Aber die Schule ist im Heim? Im Heim? Kannst du einen Lehrer haben? Ja, sicher. Da hat man ja auch auf eine Linear gehauen. Das ist der nächste Schultag. Also ein Brudan. Also wirklich ein Verbissen. Ja. So war ich das. Und da ist es Zeit zum Lehren dort? Ja, es ist nichts besonderes. Ja. Ja, ich bin ja hinten dran gekommen. Ich bin ja hinten dran gekommen. Das ist ja von den Hinterbliebenen mehr gesehen. Weil da eine Schule nicht nachgekommen. Wieso bin ich denn dort? Wenn ich doch gute Schule gehabt vorher. Also bist du nicht gefördert worden? Das kannst du dir nicht sagen. Gefördert habe ich ja etwas anderes, wenn du heute auch schaust. Ja. Und die finden, die Berufe sind nicht öffnet sich? Die sind nicht öffnet sich. Ja. Ich habe immer Schwellen gesagt, ich wüsste es nicht mehr genau, aber es könnte schon. Patricks gehen Sie oder Sie? Ja. Es hat jetzt einen Ess-Saal gehabt. Ja. Es ist einfach ein Ess-Saal, wo alle gegessen. Ja. Eitel versichert hat. Und das bin ich auch getroft worden. Oder auch schon, dass es nicht gemacht ist. Ja. Ja. Man muss einfach in eine Ecke stehen. Ja. Das weisst ja, oder? Ja. 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 Und Schläge hat es ab und zu gegeben. Ja. Mit so viel. Mal ein Klebtor, weisst du, wie es so ist, oder? Aber nicht so extrem, wie ich es jetzt nicht habe. Das ist es. Das muss man ja verblieben, oder? Ja. Ich habe ja hier gelesen, einen Platz, wo jetzt im Teil kommt. Ja. Der flucht direkt. Ja, ja. Man findet es ja nicht zu primitiv, wenn er es erzählt, oder? Ja. Schaufsäcke und da, oder? Ja. Das sagt mir ja nicht. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Er hat es, aber es hat ja verschiedene, wenn man es erlebt hat, wie er zum Interaktiven passiert. Ja. Das ist auch ein Oberflass gewesen. Ja. Der würde jetzt schauen, der könnte auch noch erzählen, ich habe das Gefühl. Also eben, und er schreibt ja, ob es immer die Schläge gewesen sind. Ja. Wenn er dir gefällt hat und gemacht ist, was die haben wollen, also du bist echt nicht in der Luft gegangen gewesen. Ja. Ich meine, Militär bist, bist du noch besser da. Sag ich jetzt. Ja. Das ist echt, ich weiss nicht, die Reut und die Macht. Ja. 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 Eine Achterschule hat man dann eben gewusst, um zu arbeiten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Von mir ist nicht so viel in der Landwirtschaft. Ja, ja. Es ist einfach umgegangen. Die Landwirtschaft hat doch irgendwie nicht mehr laufen. Ein Knecht, habe ich schon gesehen. höchstens zwei. Ja. Der Sohn, der hat ja sicher, der hat ja gestudiert im Jahr, oder? Es ist nicht so viel gesehen, fast nie. Und zu mir haben das, wir mussten ja machen. Kühe, die haben ja Kühe gehabt, die haben ja Zeug gehabt. Ja. Was hat sie für Jobs so gehabt? Ja, das haben wir ja nicht mehr, meistens auf die Landwirtschaft, Treuen oder so. Ja. Das haben wir ja nicht alles mehr so, Rädtöpfel auch. Ja. 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 Zusammenhören. Ja. Da hat man eben viel Handarbeit gemacht, bei den Personal, also ein Kind, um die Praxis zu uns zu verschaffen, oder hat es eine Maschine bekommen? Noch viele Maschinen nicht. Also, ich würde sagen, heute gibt es ja die Maschinen, die das Krieg gerade von Wagen nimmt, oder? Es ist nichts so, wir haben das gemacht. Ja. Man kehrt, man kehrt auch. Ja. Das kannst du kreieren, oder? Ja. Also alles. Alles Rädchen machen. Genau. Äh, Ding machen. Ist gemessen, oder? Was sagt man? Äh, was sagt man? Ja. Also, wie haben Sie das im Web, dass eben Sie, Sie sind nicht gerne heim, Sie sind ja wahrscheinlich nicht gerne im Heim, Nein, sicher nicht. Haben Sie Sushi? Ja, ich habe gerne, natürlich bist du eh heim, gerade wenn du es noch so warst. Du bist dann vielleicht bald mal lieber heim, aber heim habe ich Angst gehabt für Vater. Ja. Das ist das Problem gewesen. Ja. Ich habe mich mehrmals mehr gut zu werden. Ja. Ja. Ich habe ja gesehen, der Zeller hat alles passiert, das weiss ja alles. Ja. Und das alles später ist man dann auch, ja, ich habe dann auch Angst, sonst denke ich, ich musste den Rollladen halbauf machen. Ja. Da habe ich einfach Angst gehabt, oder irgendwie, da habe ich Eingänge gefühlt. Ja. Und nach deren Händen, sind Sie dann wieder heim gewonnen? Ja, irgendwie haben Sie mich wieder heim genommen, oder? Die Konfirmation, nach der Konfirmation habe ich gewusst, da haben Sie schon ein neues Kleid gegeben, was es kurz gewesen ist, oder? Man braucht bis hin, ja gar nichts. Das ist wohl ein Fels. Ja. Und dann ist das alles, was ich hatte. Ich habe ja nicht nur, die Föder, und mal ein Foll. Wie gesagt. Ja. Sind Sie nicht in den Endungszocken, oder sind Sie? Ja. Ich bin eigentlich, ich bin nicht, ich bin schon ein ziemlich, nein, ich habe es dann anders gemacht, ich habe mich noch erinnert, der Bruder hat in Ziba gearbeitet, kam und hat mich da in der Bäckerei, ja das ist auch so etwas hier, in der Bäckerei hat man, da ist Framola gekommen, hat sie geheissen, die hat mich ins Auto rein genommen, und hat gesagt, so, wir müssen weglaufen, und hat gesagt, du kommst in die Bäckerei, und dort wohnst, und da kommst du arbeiten. Die Ratte sagt, ich will doch nicht, warum sei es friert, dass man mal etwas hat, und so, weisst du das nicht? der Pizzanöse. Der Vormund, und wann ist das gewesen? Ja, und da weiss ich noch, dass Framola mehr die entweder, und Framola war vorhin, Framola war vorhin, Framola war vorhin, Framola war selbst erbretten. Ja, und ist der, habe ich so eine Suche in das Heim? Ja, ich bin nicht erinnern, ja. Ins Heim nie? Einmal ist, ich glaube mal etwas, und einmal nach oben, einmal nach oben, einmal nach oben. Sonst habe ich nie, bis die Eltern, auch mal habe ich nie, ja mal, mal, ich bin im Hockenluft, so, dann haben Sie immer so zu ihm. Ja, da haben wir auch immer, aber später, und Framola eben nur mal andere, dann habe ich nie mehr gesehen. Also, haben Sie ja gar keine Person gehabt, wo Sie wirklich was? Ja, wir konnten nie auf den Boden. Die Mutter ist nicht so vermessen, sie ist nicht mehr, sie ist nicht mehr, sie ist nicht mehr, sie ist nicht mehr. Eine schöne Sache. Die hat echt Angst gehabt, sie hat ja auch nicht geschafft, oder? Vorher Angst gehabt, dass sie nachher nicht, oder dass sie allein ist, aber es ist einfach, ich sage, dem Labil, wenn du nicht kannst, die Tränen, oder? Und ich wüsste, dass sie da auslangen sind, wenn sie keine Ahnung haben. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe mich aufgeregt, wenn der Kaiser der Gerede sei, ich habe das Krotchen, das Krotchen, das Erschweiber da, das habe ich nie mehr gesehen, das habe ich nie mehr gesehen. Das würde sich auch noch bleiben, wenn du das mehrmals sehen würdest. aber nichts, nichts. Er ist nicht gelaufen und darum habe ich auch schon spät nachher gearbeitet. Ich habe hier als Geschäft gehabt und dann habe ich mit dem Geschäft in die Hose gepackt, dann bin ich ab, und ich habe gehe verreist, etwas auf Indien. Ich bin zufrieden. Auf Indien. Ah ja, weisst du, irgendwie geht Panik und dann weg. Ja. Ein Jahr bin ich weg gewesen. Ja. Von was haben Sie denn für das Kampenhaus? Sie sind mit Ihnen in der Meckerei nicht lang gewesen? Ja, Ja, nicht so lange, weil natürlich, wenn du was siehst, da ist ja nichts zu essen, aber ich habe den Gipfel immer gegessen. Ich habe mich doch, in Deutsch gesagt, truppt davor, ich habe es ja nicht wollen. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich will das nicht machen. Jetzt heißt es, du musst jetzt das machen. Und nachher, sind Sie gesetzendet, Sie haben sonst noch ein Tötz gehabt? Nein, aber nachher, es wird doch gleich wieder neu miteinander stehen, das weiß ich nicht mehr. Einfach dann, wo ich es selber konnte, also selber, als ich schon genug alt war, bis 17 oder 18, ich weiss es nicht, ich glaube 17, habe ich gewusst, der Kurter hat in der Chemie, in der Ziba, da haben Sie mal den Ziba erklärt. Und dann habe ich gesagt, du schau, da ist doch etwas so. Dann habe ich dann geschaut, habe ich dort Hilfearbeiten können. Dann habe ich dort gearbeitet, noch eine Zeit, und dann habe ich geguckt, dass der Ernst zu mir einfach, weil ich auch Angst hatte vor dem Vater, dass man selbst weiss, wenn man ja stärker Deutsch gesagt hat. Und er hat zu dem dann einfach den Entspark geschaut. Dann hat er uns das Lampen gegeben. Und ich bin ja jung gewesen, drei Jahre. Dann habe ich gesagt, du Ernst jetzt, werde ich doch mal. Bis dann noch mal gebeten. Dann hat er aufgehört. Dann hat er doch mal eins an. Die Pfannendeck hat der Mais auch oben runter gehauen. Dann ist es fertig gewesen. Dann hat der Lümmel und ich habe mich auch eins auf die Sau gehauen. Dann habe ich mehr Ruhe gehabt. Dann hatte ich mehr Ruhe gehabt. Aber sie sind ja eigentlich noch zusammen gewesen. Ja, und dadurch einfach der Ernst dann. Bei mir auch noch gewesen. Ich habe natürlich das gesucht, weil ich ja nicht alleine bin. Weil ich alleine war ja nicht. Das war ja Qualität. Ich habe mir schon aus der Einkiste in den Kopf geschossen. Dann bin ich auf die Teuerasse gezogen. Und bin auf der Grimmbad zum Koffer an und wühlen gegangen. Und alles. Das sind ja Zustände. Das sind ja Zustände. Und da ist niemand gekommen. Wenn du mit mir gekommen bist, habe ich mich nicht gefragt. Ja, vielleicht ein bisschen. Ja, nehmen wir noch mal. Komm ernst. Komm jetzt mit. Es hat zusammengeheissen oder Neger. Dann musst du mir sagen, kommt doch jetzt mit. Am anderen Tag ist einfach nicht rein ruhig gekommen. Dann ist das vielleicht der Bad auch gegangen. Du musst aber immer noch ein Bier holen. Das ist auch so. Das Kind darf doch nicht ein Bier holen lassen. Dann wissen sie, wieso sie kein Bier haben. Keine solche Bier. Meine Frau hat einmal ein Bier angekauft. Vor zwei Monaten, als ich sie geholfen habe. Die hat ausgewürgt. Die hat das Bier vollgeschossen. Das habe ich nicht gesehen. Das träumen sie gar nicht mehr. Ich trage gar nicht mehr. Lieber noch ein Glas Weis. Aber das Bier ist nicht mehr. Das ist eine Person. Und wenn du sie dann selbst sendest, in der Formel der Winter. Nein. Das Schlimmer ist ja nicht zu schaffen. Das war ja schon. Wenn du auch Geld siehst. Ich habe ja nie Geld gesehen. Dann hat jetzt einfach keinen Beruf. Und ich habe 15 Franken bekommen. 15 Franken. Ja, ich habe doch nicht mehr Geld. Du willst hier leben. Dann hast du ja keinen Mund. Also der Lohn ist immer an den Wolf. Ja, der hat dann kein Geld gewendet. 17 Franken. Immer so 15 Franken. Das motiviert dich doch gar nicht. Dann habe ich es halt so gemacht. Dann habe ich auch selber gesucht. Dann bin ich in einer Einhafte. Dann habe ich das geschafft. Dann habe ich das Geld genommen. So, weisst du. Aber ich habe das nicht gemacht. Dann habe ich noch geheißen. Ja, der ist Lavi, der macht. Weisst du. So läuft das. Ja. Die Formel. Du wolltest jetzt das Geld weg. Weil ich selber bekomme. Oder? Ja. 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 Ja, und jetzt war das, war hier gut verdient im Akkurs. toda Britaingers Shake war so gut. Aber das Problem ist dann auch gewesen. Und nach Hause kam es nach Hause ist es abgesessen undogi auf5 Lunch machen musste. Dann war das auch dran. Ja. Dann war man rausgelaufen, macht das schwer. Oh nein! Man muss gehen. Es sei doch wenn der Pferde immer geschläft?! Ja. 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 Du hattest eine bessere Erziehung oder normale Erziehung. Du hattest später ein Spülter anders geworden. Aber kein Hinblick, niemand kommt. Nicht kommen, nie kommt bis sie geht. Ja, vielleicht bin ich hochgekommen, ja. Und haben Sie dann die Sanität gemacht? Ja, die Sanität habe ich gemacht. Und die Sanität ist gut gegangen? Sind Sie sicher gut gewesen von her? Ja, da hatte ich kein Problem. Die Sanität habe ich mir noch gesagt, ich bin nicht dagegen gesehen. Und nie eine Füße hier. Das wollte ich nicht. Aber die Sanität ist ja oft etwas von der Selbstbestimmung. Das habe ich schon gemacht, da habe ich gerade nicht gelebt. Ein Vehikel verpasst. Ich bin dann mit uns ausgelaufen, wenn ich oben bin, ist der Vehikel. Das ist ja strafbar, gell? In drei Monaten muss man es verzogen werden. Für das? Ja, ja. Das ist ja so, ein Anstalter mit Landwirtschaft, oder? Ein Vehikel verpasst. Dann haben Sie die drei Monate auf der Landwirtschaft, dann habe ich in die Säule müssen. Ja, ja. Das ist der Vehikel. Das tun Sie auch abstimmen? Nein, das ist Militär. Das ist gegen das eigene Volk. Das hat man jetzt nicht gegeben. Also, ja, nein. Sie sind auch immer schon sehr aktiv gewesen. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja, das brauchen wir heute Militär. Nein, für das eigene Volk bewachen oder was. Aber nicht schon irgendwo die Polizei. Ja. 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 Und, äh, dann sind Sie etwa in einem, sechs, sieben oder sechs bis zum Tissel im Zuckerberg, oder? Ja, mit dir jetzt nicht. Aber ich bin nicht mehr konfirmiert. Fünf oder sechs? Ja. Nein, Zuckerberg. Ah, Zuckerberg, das ist nachher... Ja. Da bin ich Tag 21, 20 oder 20. Ja, ja. Ich weiss nicht mehr. Ich weiss nicht mehr. Ich weiss nur, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Das habe ich mit, das habe ich mit. Das habe ich mit. Ja, ja. Und eben, dann hat sie sich... Also, die Formulung ist ja der Innenfall. Ja, mit 20, genau. Ja, mit 20, genau. 20, automatisch. Wird es da eine Schlussbrief geben oder irgendeine Auszahlung? Ja, ja. Das ist wirklich das. Ja. Ist ja nicht viel, ne? Dann haben Sie noch 50 Franken, oder vier. Ja. Das war ja viel gesehen, oder? Ja. Da habe ich ja viel nachfragen. Da bin ich noch daheim gewesen. Also, da habe ich jetzt einfach die Abrechtung gemacht. Die Abrechtung gemacht, wo der Druckschutz war. Das war ja verschneut gewesen. Also, er ist noch mehr in nichts angekommen. Ja. Der kleine Bruder hat ja das genau das Gleiche gehabt. Der ist ja fremd vor der Türe gestanden. Der hat gesagt, ich bin die Brüte, ich habe den nie gesehen. Ja. Ist doch auch so etwas, oder? Man hat ja nicht mehr wissen, was wir mit den Brüdern haben. Ja. 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 Das ist Trostkost. Und nachher haben Sie es nicht selbstständig gemacht, aber es war schwierig. Nein, gut. In dieser Zeit war es nicht so schwierig. Schwierig war ich. Wieso? Wieso bin ich es geschafft, wenn ich es nicht so gewünscht war? Das heisst also, wir haben ja kein Geld mehr. Das ist nicht so. Aber dadurch hat er Ernst dort gearbeitet. Wenn ich in Ziba oder Neubau habe ich gesagt, warum ist Neubau? Hat die da richtig gemacht? Da waren wir heute, also später in Ziba gewesen. Nein, wir haben nur Staubsauger gefahren und Ernst ist auch nie gegangen. Und ich auch nicht. Und so. Ja. 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 Dann hat er immer, wenn er immer anders geschafft hat. Und ich habe selten angefangen. Ja. Ja. Riftwampurz und so. Das ist die Art von mir sehr schwierig. Also in der Einigung? Ja. Bis jetzt. Ja. Ja. Dann schaffen Sie jetzt immer einfach selbstständig oder? Ja. Und dann, wenn ich abweche und dann, wenn ich verpassen war, habe ich Mikro alles Ja. Dann habe ich mir eine Röpfung gegeben. Und das hat es gar nicht. Dann bin ich zwei Jahre ins Ausland. Ja. Weiß ich nicht so. Dann können wir dann einfach nicht mehr wissen. Ich bin in Zürich, dann habe ich bei einem Restaurant gekauft. Nein. So. Ich gehe dort auch dort Buren putzen. Ja. Und im Ausland war es viel viel Zeit gewesen. Sind Sie da einfach unterpreist oder? Oder? Nein. Ich habe nicht geschafft. Ja. Ich bin ja auch. 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 Ich habe ja auch noch ein Film genommen. Ich habe eigentlich immer gelernt, wo im August dann müssen wir Geld holen. Ja. Ja. Und heute geht es ja nicht mehr in den Kameraden. Ja. Das haben wir auch gelernt. Ja. Ja. Dann war ich schon fast zwei Jahre unter. Das ist besser gewesen zu Hause, man würde sagen. Also ich habe frei gewesen sein. Ja. Und dann bin ich wieder auf Zürich und habe ja nichts mehr gehabt. Ich bin das Kranetieren gegangen. Ich habe wieder Arbeit gesucht. Restaurant. Sobald wir in zwei, drei Restaurants gehen, wenn ich wieder Kranetieren aufgehört, wird es selber gekauft. Ja. Aber dann ist ja schon wieder gut. Ja. Und natürlich gut. Die Menge, oder weisst du? Das ist, wo man so trägt und so. Ja. Ein Freilich. Ja. Das ist für ein Freilich. Ja. Ja. In der Beziehung zu anderen Leuten, oder Frauen, Familie, haben Sie es gefühlt? Welche Frau? An meinen Freundinnen? Ja. Haben Sie es gefühlt? Es ist erschwert gewesen, um die Nacht zu schicken? Ja, erschwert ist es einfach so. Das erste Mal habe ich. Mein Bruder hatte drei Kinder. Ich habe mir dann gesagt, wenn ich nicht so die Kinder schaue, und wenn ich nicht, wie soll ich sagen, einfach den... Ich hatte dann Angst vor... Ich wollte nicht, dass ein Kind das Gleiche hätten wie ich. Ich habe mir gesagt, ich liebe keine Kinder. Und ich habe drei, acht, drei, vielleicht zwei Tage, oder so eine Frau, die mich auch winken wollten. Dann habe ich mich noch nicht mehr umgedrückt. Heute habe ich ja keine Probleme gehabt. Nein. Ich wollte also nicht Kinder haben. Das hätten wir sicher, natürlich. Ja. Ja, das... Heute hat ja manchmal Frauen die gesagt, ja noch Kinder wären nicht schlecht. Das kann ich gar nicht. Ja. Und dann hat es ja... Es sind ja mit Freundinnen gehabt, aber nie in der Familie. Nein, ich wollte nie heiraten. Das kommt noch dazu. Darum habe ich auch Angst gehabt. Nein. Ich wollte mich nicht mehr binden lassen. Ja. Wenn ich einmal eine Freundin hatte, mit einem Peron rumgelockt, dann habe ich es gerade rausgeschossen. Ja. Ja. Also, es kommt dann alles. Ich habe das Gefühl, so. Die Bindung hat schon gefehlt. Ja. Das kann ich mir vorstellen. In meinem alten Knochen habe ich jetzt Feuerort. Ja. 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 Ich hoffe, dann schliess es gerade, dass es gut ist. Sie haben es so fänglich hinter sich auch da. So das Leben da. Ja. Bestanden. Ja. Vor allem das Leben. Bestanden, ja. 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 Ich kann mich noch erinnern, als ich als Deutsche, wo ich verhält bin, dann habe ich ja auch einmal gearbeitet, auch Geld von mir auf die Strasse geschossen. Ja. Dann habe ich die Athleten genommen, dass ich wachte. Ja. Dann haben die Polizei aufgehört, dann haben sie gerade auf der Fahrt, dann habe ich mich im Wald rausgeschossen. Ja. Ja. Dann habe ich mich rausgeschossen. Sie sind weitergefahren. Ja. Ja. Das ist ja eine Sache leicht. Ich bin sogar bedroht worden in Zyp-Bürgeränen. Mit dem Ding. Ja. 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 In einem Raum, in einem Eingeschloss bei mir, dann ist man so offen. Mit dem Schlaf ist das besser oder Sie mussten einen Rollladen? Nein, ein Schlaf ist nicht am Winter. Also ich habe schon mit der Jugendmeer, soll ich das sagen. Ich musste einfach einen Locken haben. Jetzt habe ich die Türe abgeschossen und habe eine Warnung bekommen. Und dann habe ich irgendwie die Gespänkster gesehen, weil es nie kam. Also es hat sich dann so langsam gelegt. Aber es ist eine Angst vor dir. Und wenn ich wieder guter Zocker war oder einfach gerecht, dann wird das Geschäft wieder öfter. Wenn du doch immer aufgehst und in der Neue anfängst, dann ist es doch wieder ein Ding, oder? Dann hast du ja nie so viel. Dann hast du jetzt auch ein Problem mit dem Altersvorsal? Genau, genau. Ja natürlich, genau, selbstständig. Dann hast du ja auch das Geld gebraucht. Oder wenn du mal mehr kriegst, darfst du mal. Aber ich habe ja den Kurs gemacht. Gut, haben wir schon etwas. Also ich habe im Prinzip mit mehr als 250. Das ist falsch ausreichend, 650. Und wenn ich es im Start geschafft habe, dann hätte ich eine Volle. Und wenn ich eine Stellung habe, dann hätte ich sie auch mehr. Und die AHV haben Sie ja von 235? Nein, aber 230 ist zu wenig, oder? Ich kriege eine 650. Von der AHV? Ja. Ja, gut. Wo? Ja. Und keine Ergänzungsleistung? Ja, das kriegst du auch so. Wenn ich jetzt fertig bin, gehe ich in die Ergänzungsleistung. Sonst habe ich ja nicht mehr. Und da haben wir nicht mehr. Wahrscheinlich 2-2 nicht mehr. Wahrscheinlich 2-2 nicht mehr. Und gerade jetzt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten und machen. Das würde mich ablenken. Ja. Ich habe ein bisschen mehr gehabt. Aber jetzt habe ich wieder zu viel ab verloren. Und jetzt merke ich, dass es nicht mehr geht. Weil ich viel habe wie hier. Ja. Das heisst, Sie können jetzt zuschutzen. Von der Sozialle, von uns. Sie arbeiten jetzt nicht mehr. Jetzt mal da. Ja. 10 Monate. Ja, ja. 10 Monate. Also ich würde mal mal überlegen, ob es nicht mehr gibt. Wo das ist? Ja, jetzt gehe ich mal vorbei und fülle sich das aus. Genau. Ich weiss ja nicht. Ich weiss nur noch mal, dass es alleine steht. Was man gefunden hat. Das ist ein Tier. Als Lebensart. Lebensart. Das bringt Geld. Ich kenne mich eigentlich genau. Für das darf ich Ihnen auch die Opferhilfestellung gut. Auch gut. Zum Verbrechen, was Sie hier machen können. Ja, ich hole mal die Korte. Ja. Ja. Da bin ich mich gleich mitnehmen. Ja. Und. Ja. Wie haben Sie am Anfang schon gesagt, dass Ihnen so eine Entschädigung für die Geschichte wichtig wäre? Ja, wichtig. Ja. Das ist ein Lebenslebensensatz. Ja. Ja. Das haben wir da mal ganz ehrlich. Ich hätte die gute Schulungen, die normale Schulungen, so wie es heute wäre. Also so würde ich es auch wieder nicht. Nein, weiss ich meine. Da hat es sicher mehr gemacht. Ja. Ja, nicht Angst und Angst. Ich hatte ja auch noch Angst. Von Jugend bis. Ja. Kannst du sagen. Ja. Und dann war der Vater ein bisschen Angst. Vorher kam die Vormundschaft. Und dann kam der Vater. Die Vormundschaft konnte das nicht aufhangen und kompensieren. Ja. Das ist ja der Anspruch. Sie sagen, wenn es schlecht geht. Die Eltern. Das gibt es ja auch. Sie reden. Ja. Ich habe nicht so etwas Gefühl. Ich bin nicht. Dann zünden sie an den Staat. An den Staat. Und sagen. Genau. Oder dann kommst du in ein Heim, wo das Recht ist. Und nicht, wo du gerade Tami Eisner gehinkriegst oder so. Das ist ja kein Delikt, wenn du es. Nein. Absolut. Im Prinzip, oder? Nein. Das ist ja nicht kein Delikt vom Viertel oder was gewesen. Nein. Nein. Und wie haben Sie das weitergelegt, die Geschichte, dass das jetzt mehr zu öffnen können, wo es in der Schule geht? Ja. 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 Also jetzt sowieso, aber ich habe nie gedacht, das ist mir schon gewusst, oder ich weiss ja, was ich gemacht habe. Dann bin ich irgendwie auf das Ding vor, ich weiss auch nicht mehr. Dann habe ich das auch nicht mal gestudiert, dann habe ich mich befreit. Also dann haben Sie das Bücherin in den Kongress bestellt, die haben es im Städter-Internet und sehen, dass das da ein Rücken, dass sie haben. Ja, also gar nicht gewusst. Und die Piäste, halbe Jahr im Internet, bevor ich nie im Internet gemacht habe, weil ich auch immer Angst habe, dass der Computer nicht absteht. Ich habe es für die Rechnung gebraucht und für die Aufwärter und so. Dann haben Sie jetzt im Plan auch weitergegeben. Ja, weil ich jetzt langsamer. Es wird ja weitergegeben. Ja, 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 ja. Da siehst du, ich habe viel Spaß gemacht. Ja, ja, ja. Und haben Sie Ihre Geschichte verzehrt eher von euch, also eine Freundin? Nein, nein. Ja, meine Freundin. Ja, genau. Und kann der Arbeitsstelle sich selber verschwinden, oder? Ja, damit ist es so. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt die Einfahnen zu sprechen. Ich meine, Selbstständigkeit, aber auch nicht. Nein. Haben Sie Kontakt mit anderen Leuten aus dem Heimschluss, oder? Nein, nein. Ich bin auch nie mehr vorbei. Ich habe schon... ... schon letztes Jahr schon mal, weil ich mir vorbei musste. Ich habe es gerade schauen, ob das bis heute nicht geschafft hat. Nein, nein. Nein. Ich habe schon lange schauen, wie du da rein gehst. Ja, es ist immer noch ein Heimschluss. Sie haben es mehr Personal. Ja, ja. Ja, ja. Beim Unterwiss jetzt ist... Ich könnte mich sicher erinnern, wenn ich mit ihnen vorbei war. Ja. Genau, was es noch ungefähr ist. Ja. Ich bin in den Momenten und er hat es gerade gemacht. Machst du es nicht einmal? Ja. 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 Ja, das ist ja logisch und die gleiche. Jetzt sind ja nicht alle gestorben. Und jetzt ist es heute schon auch offen für so ein Zirn. So ein Zirn. Ja. Ja. Was ich gehört kann. Ja. Es ist auch schwierig. Es ist tief. Schlimmer ist ja, dass... Die heutige... Kannst du ja nicht die Tiere jetzt anklagen. Das ist jetzt das Problem. Und darum ist es auch schlimm, wenn er in der Politik etwas gemacht hat. Und dann dreht er ab. Und dann ist der andere... Ja, der andere hat es ja gemacht. Das muss ich da... Da bin ich nicht dabei gewesen. Das ist ja immer das... Ich finde, es ist ja ein bisschen ein bisschen fun. Auf dem Klick wäre. Was würden Sie sich wünschen? Das war's. 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 Welche server kann man, was können Sie jetzt in deinem Auto? Nein. Nichts? Joachim Me сок. Lazjar. Also? Was gibts noch? Pis, wie war's. Wie, ist es eine Entscheidung, dass ich da geliebt habe. Und? Ich bin auch einem den Nachnamen von der Polizei geholt gekommen. Pis, wieatre telling. Es ist nicht offen. Als ich an der... Das Geschäft hatte und haben mir jeden Tag ein Brüßchen gemacht mit der blauen Zoll. Das ist aber nicht locker. Deutsch gesagt, ich bin ja nicht der Schilder. Aber ich habe mich ausgerufen, weisst du. Dann ist noch mehr einer gekommen. Sehen Sie schon, das ist nicht locker. Es gibt jetzt Luzern, das ist noch nicht so lange her. Ich bin jetzt in Luzern bei einem Wiel Richtung Zürich gefahren. Da kommt Polizei gegen mich. Da kommt Delegat und hat mich gerade eingeholt. Dann habe ich gesagt, ja Sie, wie fällt es auf? Wenn ich zickzack und sowas gefahren? Nein, man macht Kontrollen. Dann habe ich gesagt, ich habe ja geflucht, oder? Normal, aber nicht so rum. Sie sind gelaufen, normal. Ich habe gesagt, was ich mache, können Sie nichts anderes tun und sowas. Dann hat er gesagt, wenn Sie in Brühe sind, dann müssen Sie noch mehr kontrollieren. Dann habe ich gesagt, Sie, das müssen wir nicht sagen, das weisst du schon 30 Jahre alt, dann ist ja krank. Das ist doch so. Weisst du, ich meine, ich habe einfach das Gefühl... Ich habe schon immer gesagt, dass Sie in der Polizei stehen, dass Sie heute noch belastet werden. Ja, ich bin aber zum einen. Das ist nicht gelaufen. Ich habe einfach das Gefühl... Ich habe schon immer gesagt, dass Sie in der Polizei stehen. Das ist nicht der Fehler, wenn es auch versteckt wird. Ich bin jeden Tag vom Passruf, vom Aufhafen, mit dem Töffchen gefahren. Das ist jeden Tag, wie ich kontrolliert war. Aber es war dann immer ein Andro-Polizist. Und wenn ich gesagt habe, Sie, habe Sie auch nicht gekannt. Das habe ich dann auch nicht ich gesehen. Wenn ich uns Christen noch sage, Sie wissen das nur, oder der Herr oder der. Wir haben sie auf dem Polizeiposten, Militär, da bin ich mal als ein Recruit, oder? Kaffee gekauft, dann ist die B-Mik, von vorne, bei meinem Bruder. Dann hat er mir ein Zimmer hineingenommen, mit drei Miformen, weisst du, ein Einzelzimmer. Dann kommt einer hinein und sagt zu mir, Sie haben dann alle der Maber geschlagen. Ich habe gesagt, das stimmt doch nicht. Du, wenn du... Weisst du, so probiert. Ich habe gesagt, wenn Sie mich anlegen, dann habe ich gesagt, grüße, mein Dad, da sind wir da. Ich habe ihn noch zweimal so gemacht, dann ist ich gegangen und dann in die Hüse gegangen. Ist das zugekommen? Kannst du nicht zugekommen? Aber Sie haben sich natürlich... Echt der Planbosten, von der Waffenkasse ist ja alles, hätten wir das zugekommen. Die haben das nie gekannt. Und dann habe ich mir gesagt, das gehe ich weg von hier. Und auch hier habe ich es gefühlt. Irgendwie... Haben die nicht... Haben die nicht... Haben die nicht... Mehrfach mal einer gesagt, in Osmo, da sind wir nicht die Idee zu machen. Können Sie genau schauen, ob Sie genau wissen, wer du bist. Ob du jetzt... Ob Sie die Idee kontrollieren wollen, oder so? Also ich wüsste es nicht. Wüsste es nicht? Wüsste es nicht? Wüsste es nicht? Wüsste es nicht? Ja, ich weiss nicht. Nein, wir wollen es nicht hoffen. Also... Aber ich frage mich, wüsste es nicht. Wüsste es nicht. Ich trage mich. Ich trage mich. Ich trage mich, Ich trage mich. In Basel, bei den Fremden, bei den Fremden, bei den Fremden, bei den Fremden. Da bist du einfach gestempelt. Ich finde das nicht richtig. Die können den Philippe noch malen, oder, der hat es auf Geissen gekappt, das ist nur, wenn ich den Poste an mich, dann geheiss er auf Karten. Er meinte, ich trinke auch, obwohl ich mich nicht trinken habe, ganz ehrlich gesagt, nie trinken, nie ein Bier angelegt, vielleicht später mal ein bisschen Wein trinken, so zu oben, weisst du, zum Essen. Ja, das ist schon begreiflich. Das ist das Beste, das ich von Karten mitnehmen kann. Ja, ja. Was heisst denn? Der Vater trinkt, der Sohn trinkt. Das ist vielleicht so. Aber es gibt ja Ausnahmen. Und die haben das nicht gemacht. Sie haben gesagt, ich will nicht gleich sein. Ja, jetzt, nochmal ein bisschen da. Es ist schwierig, dass ein Bindersport hat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Dann werde ich alle anpacken und probieren. Ja, ja, ja. Also, danke, vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank.